Yo Leute, was geht? Und willkommen auf dem Broad Nation Kanal mit den guten Roadstars. Was geht? Und ja, heute erster Duel Vlog zusammen, der auch funktioniert. Alter, hier ist so nass. Ja, we did get hot, babe. One big drop. Jungen, das ist ja nicht normal. Leute, ich weiß nicht, seit einer Woche vergesse ich jedes Mal den scheiß Blinker rauszutun. Aber jeden, jeden Mal. Ja, Mann. Nassi kann voll gut ihr Ding machen. Ropestar. Kann man dich kennenlernen, oder wie? Mich? Ja, ja. Machen wir einen Duel Wheelie. Können wir machen. Ah, ich weiß nicht. Das war schon nur mit deinen Füßen? Ropestar. Ja, ich bin abgehauen. Tanki auch grad. Hier einen schnelleren Zehner rein, gell? Ja, bei mir nur ein Fimber. Kein Geld mehr. Was? Wie? Kein Geld? Es gibt einen Tankstellen-Vlog. Pass deinen Helm auf. Wahrscheinlich. Du hattest doch mal genau 10 Euro ohnehin zum Schnauss. Alter! Ohne Witzes hatte ich zwei Mal. Hintreinander. Ohne Scheiß. Ich habe einfach aufgehört und es war genau auf 10 Euro. Ich ziehe jetzt meinen Helm ab. Nicht das Stress. Ja, das war so typisch. Schön laut wegfahren. Originalauspuff, Kollege. Und alle, die sich eine DHZ kaufen, der Originalauspuff reicht. Wie oft darf man im Kreisverkehr eigentlich im Kreis fahren? Kannst du ja mal ausprobieren. Ich kotze. Alle Despos kommen wieder raus. Ist so geil oder wie? Hä? Ist so geil. Ja. Bin ich so hübsch hier drauf oder wie? Mit einem Mainstream-Mobband. Ja, ja. Wer kann, der kann. Bist du der Robester? Ja. Der erste Robster. Rob. 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 Oh, wie der geiert auf meinen Moppet. Wahrscheinlich. Auf meins hat der ge geiert. Ja. Auf sein Mainstream-Bike. Ja. Jo Leute, was geht's? Ihr seid hier wieder auf dem BrabNation-Kanal. Ich bin heute unterwegs mit dem Dominic aka Brablauf. Ah, es bleibt drinnen. Nein. Kippung, Kerle. Kippung. Kippung. Ja. Ja. Wenn ich schalten könnte. Ei, ei, ei. Ja. Ja, selber schuld. Ich mach's einfach. Ja, ja, ja. Ha, ha, ha. Hab's doch blöd tun, gell? Ja, ja. Mit dem Gargummi. Das kann er gut. Mit dem Gargummi. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ah, passt. Scheiße. Der war aber aus meinem Mund, Alter. Ja, aber es ist ja trotzdem witzig gewesen. Wo ist der hingeflogen? Alter, voll auf meine Hand und dann so weggeprallt. Bruh. Ah, ah, passt. Ich hab jetzt nur noch 30 Frames eingestellt, weil das nicht mehr geht bei 2,7K. Äh, 2,4K. Ja, aber einer. Wow. Ohne Witz, ich mach das sonst in Slowmotion rein. Wo ist der Kippung? Ja. Ah. Geil. Geil, 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 geil. Sehr geil. Ja, jetzt ist das sehr geil. Sehr geil, das ist ja geil. Sehr sehr geil, Alter. Ich bin so gestört. Jaa, ich zieh's jetzt lieber mal mit den Händen hoch. Da kann ich sie so lang durchziehen, lass doch mal umdrehen und noch mal zurückfahren so. Absolut ein Durchziehen würde, Tommy. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend, kannst nichts dafür. Wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Jaa, ich zieh's jetzt!